So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Welcome to the leaderboard! Ach, give up trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Nein! Bitte nicht nach rechts springen! Bitte nicht nach rechts springen! So, ist schön! Oder schon besser! Interessante Linie! Interessante Linie! Kraft ist okay! Ich bin ja bescheuert, ich muss da hin andersrum! Ich muss doch hin auch! Ich muss ja noch da schieben! Bitte! Bitte! Dankeschön! Dankeschön! Endlich mal wieder ein Boogie! Endlich mal wieder ein Boogie! Endlich mal wieder ein Boogie! Oh mein Arsch! Ich war schon wieder fast von Stille hier! Vor Aufregung! Oho! 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 Nervosität! Und jetzt streiten unter das Tee auf das Power 3 Hall! Oho! Und das dem Frieden traue ich ja nicht so richtig! Da ist ja... Gucke ich mal wieder noch! Ja, so sollte man mal über die Dinge drüber kommen! Übers Wasser! Okay, so springen nach links! Oder rollen nach links! Hauptsache! Komm doch rum! Komm doch ruhig! Komm doch ruhig! Die ist immer lustig! Die ist immer lustig! Oh, Kraft habe ich noch! Reichlich Kraft! So! Dann guck mal, ob man mit dem genauer sehen kann! Aber nicht mehr! Wie immer, ne? Das ist... Das ist... Das ist kein ganzer! Ich probiere so! Ich probiere so! Für mich war das kein ganzer sein! Das sieht doch nicht so aus! Ah! Hm! Okay! Okay! Es wäre natürlich cool, wenn man doch mal noch die Ideallinie gesehen hätte! Wie die hätte sein können! Oder sollen! Hinterher! Dass man mal sehen könnte, wie weit man verrissen hat! Oder an welcher Stelle, oder? Ja! Hüt! 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 Brian Herrmann! und die fangen gerade erst an ja wie gesagt unser hauptziel ist erstmal der toni gewesen wenn sich noch mehr ergeben hätte wäre schön gewesen aber nächstes mal hauptsache erstmal toni die toni aufgabe erledigen naja aber nicht tollen frieden nicht ich trau den frieden nicht die meter angaben da weiß die sind so komisch als im wasser landen die kraft ist okay eine halbe habe ich da erkannt oder sieht aber komisch aus sieht nicht aus wie eine halbe wo war der guckfehler noch zwei noch zwei schläge das noch mal wasser aber so weit kommen wir nicht wir kommen nicht bis zum wasser nicht mit unserem nicht mit unseren wicker schläger hier 70 so weit kommen wir nicht versuch des kleinen golfers noch eins ein loch noch das ist was in front of the elevation here they're gonna have to be careful that they club up cuz you do Guck mal! 3rd shot. 4 shots behind our leader. Hm. Hm. Jo, Brian Herrmann. Brian. Aha, wir nicht. Noch nicht wieder. Noch nicht wieder. Okay. Nora. Da ist wieder voll, Gott sei Dank. Gut, endlich geknackt, Toni. Toni geknackt, schön. Verdienen sich der? Wie denn? Wie soll's denn gehen? Weiter. 93 von links, keine Ahnung. Interessant ist es wahrscheinlich, wenn 100 von 100 da steht. Dann hast du wirklich was vernünftiges gekriegt. Ich glaube, ich werde erst mal Geld sammeln und dann... An welche Gegner... An welche Gegner... Ja. Nix. Nein. Nein. Und Kevin... Kevin Klein braucht auch nicht kommen mit Unterhosen oder Socken oder... Keine Ahnung, was denn noch alles an... Im Animo Wintermützen oder so. Wählen. Was heißt wählen? Was? Was war das jetzt? Hä? Was war das? Ach, Statistik. Ich würde irgendwas mit Statistik scheiß. Wollte ich gar nicht haben. Hier. So. Wir haben schon lange nicht mehr hier. Lexi. Komm. Wir haben schon lange nicht mehr gegen eine Frau gespielt. So. Lexi. Wo spielen wir denn? Jakobsen. Ja, dann machen wir das. Dann spielen wir auf Jakobsen. Gegen Lexi. onden wir hier hin. Es ist wichtig. Es ist wichtig.